Willkommen im Energiecenter Wittrock in Trier, Ihrem Spezialist für das Heizen mit Holz, dem CO2-neutralen und nachwachsenden Rohstoff. Wir stehen hier vor einem Hypochaustenkamin. Der Heizeinsatz ist ein Gerät der Firma Austroflamme. Das Besondere an diesem System ist, es ist zweischachig aufgebaut im Inneren. Das heißt, wir haben zwischen Innen- und Außenschale einen Luftspalt. Die warme Luft, die Luft im Gerät erwärmt sich, strömt nach oben, wird in diesen Luftspalt links und rechts geleitet und strömt nach unten, kühlt dabei ab und gibt Ihre Wärme an die Außenschale wieder. Dies auf beiden Seiten gleichmäßig bis nach unten, sodass wir eine gleichmäßige Aufwärmung der Kaminanlage haben. Eine reine Strahlungswärme ohne Konvektionswärme. Auch hier nochmal zum Energieeffizienz-Label. Energieeffizienz-Klasse A+, Heizleistung 6,6 kW des Heizeinsatzes. Mit diesem Gerät kann man eine kompakte Bauweise auf kleiner Fläche realisieren. So findet sich fast überall Platz für eine kleine Kaminanlage.